Didaktisch folgt daraus, dass ein Musiklernen, das sich am natürlichen Lernen orientiert und zunächst figurale Repräsentationen aufbaut, gezielt gestaltet werden muss. Weil natürliches Musiklernen im Alltag in der Regel nicht geschieht, darf Schule sich nicht darauf beschränken, lediglich Freiraum zu schaffen für Handlungserfahrungen. Sie muss vielmehr den Schülerinnen und Schülern gezielt und systematisch Handlungsangebote zur Verfügung stellen. Denn musikbezogene Handlungserfahrungen, die aus intendierten Lernprozessen resultieren, sind Bedingungen für die Möglichkeit, dass der Einzelne als Folge von Unterricht in Musik ästhetische Erfahrungen machen kann.